Hier im Auenwald kann man manchmal ein kleines, verstörtes Männchen finden. Den Künstler Pedro Hafermann. Im Mesozoikum geboren, hat er den Untergang der Saurier mit- und überlebt. Das daraus resultierende Trauma treibt ihn zum Schreiben. Bevor die zweite Halbzeit anfängt, feuerzeug ich noch ein Kind. Das ist womöglich mein bestes Gedicht. Unser rastloses Kerlchen ist auf der Suche. Pilze inspirieren mich. Oh Gott, ich muss hier doch irgendwo Pilze finden und nicht nur diese scheiß Scharboxkraut oder wie das heißt. Ich brauche Pilze doch für die Inspiration. Ah, hier ist ein Pilz. Ich glaube das ist ein Flaschenstolbling. Ja, der ist noch gut. Ich brauche das.